willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja ich sage heute ausnahmsweise mal let's play und ihr seht ihr ich bin noch im overlay aufbau für den live stream also montags mittwochs freitags immer live streams manchmal dann auch samstags oder auch an anderen tagen also bleibt einfach dran wenn ihr mehr von mir sehen wollt und dann sehen wir uns in jedem fall in weiteren videos beziehungsweise in den live streams auf twitch tv schräger toto clasht ja aber der beste spende aller zeiten leute ich das wird jetzt ein super kurzes video ich weiß aber der letzte spender oder der beste spende aller zeiten heißt ich habe ich habe mir irgendeinen namen ausgedacht sören christensen irgendein finnischer kollege würde ich sagen das ist hier der beste spende aller zeiten denn wir haben jetzt heute abend 20 uhr 41 und heute morgen um ich sag mal um 9 uhr 41 also eigentlich fast gleiche zeit oder 8 uhr 41 ganz egal hatte ich bemerkt dass dieses event hier was hier noch immer immer noch in den news steht noch so einen ganz kleinen gelben balken hat grünen balken hatte bis er so ganz so so ganz noch 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 weniger noch viel weniger und plötzlich gucke ich mittags und da muss irgendeiner der beste spende aller zeiten deswegen schreibe ich es ja irgendeiner muss plötzlich irgendwie so um die 20 milliarden spenden hier rausgeballert haben denn 45 milliarden spenden soll man ja machen also der muss locker knappe 20 milliarden spenden gemacht haben na nicht so ganz aber so ein normaler clan kommt wenn er die clanburg nicht primt also wenn er die clanburg nicht vorgämt kommt auf 300.000 spenden pro tag habe ich so ein bisschen errechnet so relativ naiv du kannst alle zehn minuten anfordern maximal 50 truppen das könnten dann 50 leute immer machen wenn sie immer direkt dann fordern geht vielleicht noch so ein zwei sekunden rauf oder oder zehntel sekunden ja wenn einer nicht schnell genug spendet und dann sind das knappe 300.000 pro tag pro clan das heißt also also ich sag mal so bei 45 millionen müssen das 1500 clans direkt genauso machen damit man überhaupt erstmal 45 millionen kommt aber hier müssen wir ja noch mal das zehnfache machen oder mehr als das zehnfache machen also 45 millionen oder 45 milliarden und plötzlich war dieser spender da Sören Christen sind aus ich nehme mal irgendwo in der nähe von oder auch auf jeden fall in der nähe von Helsinki Finnland denke ich mal irgendwo so da kommt er her so heißt er zumindest ich das ist nun fiktiver name leute ich möchte jetzt nicht den wirklichen namen aussprechen der hier so total geil gespendet hat aber wir haben das schon ähnlich wir haben es oder ich hab's mir schon ähnlich gedacht am wochenende dass dieses event hier eigentlich völlig in die buchse geht 45 milliarden spenden bis zum zweiten august das ist unmöglich hier bei clash of clans auch wenn alle spenden zählen das heißt ich bin es es zählen deine spenden es zählen die spenden die selber gibt es zählen die spenden die in den clanbogen reingehen und so weiter und so fort aber irgendwie gab es plötzlich einen ganz ganz großen schub ja einen ganz ganz großen schub nach vorne und also muss irgendeiner groß gespendet haben oder es kann natürlich auch sein dass heute morgen einer an die datenbank gegangen ist und hat gesagt mensch wir müssen die datenbank auch an machen ja damit die auch zählt und in dem moment wo sie das gemacht haben so den knopf gedrückt haben datenbank an da waren plötzlich boah mensch haben die leute schon gespendet ohne ende wissen genau wovor ich raus will also ich glaube nicht dass hier dass es nicht diesen einspender gibt und ich glaube auch nicht wirklich dass es die das ist die wahrheit dass es die wahrheit hier ist weil das event muss ich ehrlich sagen zum clash jubiläum baufest finde ich eher mau ich hätte eher gedacht das event was wir jetzt noch haben das ist ja noch dass das helden event also nutze die helden werden sie verbessert werden ist tausend mal wenn ich sogar hunderttausend mal besser als das clash jubiläums baufest oder jubiläumsevent ich hoffe nicht dass das das einzige bleibt denn zum clash jubiläum im august wäre das wirklich wirklich ein armutszeugnis oder es ist ziemlich mau muss ich sagen weil diese zwölfprozentige bauverschnelligkeit ich sag mal pro bauarbeiter klar es können natürlich leute gebrauchen gar keine frage und wenn du das mal hochrechnen ist das natürlich auch schon eine ganze masse an zeit aber ich glaube nicht dass hier die clans so viel gespendet haben wenn ihr der gleichen meinung seid dann schreibt mir das ruhig unten in die kommentare heißt das hier bei youtube wenn ihr also der gleichen meinung seid dass es da nicht ganz mit rechten dingen zugegangen ist sondern dass da irgendjemand in der datenbank nachgeholfen hat ansonsten lasst es sein meine leute sind eh er schreibt voll für ein algorithmus reicht das und dann sehen wir uns in jedem fall im weiteren videos ich wollte es nur noch mal loswerden bevor es dann wieder ausläuft am zweiten aber es gibt in dieser woche noch so den einen oder anderen gold pass bei mir live zu gewinnen ich habe mich ein bisschen verkauft ich hatte noch welche und habe mir trotzdem vier oder sechs stück noch nach gekauft davon habe ich jetzt natürlich noch ein paar über und die würde ich ganz gerne an euch abtreten beziehungsweise würde ich ganz gerne verlosen also wenn ihr der meinung seid das ganze oder ganz gut gefallen hat das mit dem daumen nach oben da aber nicht vergessen und kanal dran bleiben und dann sehen wir uns in dieser woche wieder mit einigen leistungs und natürlich auch mit videos bis dahin ciao euer toto glasht